So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich, wo ist sie? Zack, 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 ganz schnell hoch. Ei, ei, ei. Zähme ein Wildschwein. So, wie habe ich das Ganze gemacht? Nämlich nur gar nicht, weil ich habe bis jetzt gerade nur Wölfe gefunden. Und das war eigentlich ziemlich simpel. Ich habe einen Wolf getötet, dann hat der andere Wolf quasi das Fleisch gegessen. In der Zeit, wo er das Fleisch isst, ist er quasi abgelenkt. Wenn er abgelenkt ist, könnt ihr ganz einfach zum Tier hingehen und dann auf Zähmen gehen. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, nämlich Handwerk. Wenn ihr Fleisch findet plus Knochen, könnt ihr euch den Jägermantel herstellen. So, das mache ich jetzt mal gerade schnell. So, jetzt haben wir den Inventar. Jetzt ziehen wir den auch noch an. Und jetzt geht es nur darum, wir müssen Glück haben und jetzt einen Wildschwein finden. Aber ich glaube, der Wolf ist in Anführungszeichen so aggressiv, dass der uns quasi das Wildschwein tötet. Also die Zähmerei... Da hinten sind Wildschwein. So, wünscht mir Glück. Wünscht mir jetzt einfach Glück, weil mit dem Zähmen ist irgendwie gefühlt überhaupt nicht meins. Bleibt ja weg, Wolf. Wolf bleibt weg. Wie gesagt, wir haben jetzt den Mantel an. Ich hoffe, es funktioniert, wie ich mir das denke. Und Zähmen. Und Abfahrt. So einfach funktioniert das. Ach, da haben wir wieder einen, der ein bisschen... Eieiei. Werde ich mich jetzt blamieren für euch? Am besten sage ich einfach, danke fürs Zuschauen und reingehauen. Ja, da wird man aggressiv. Da wird man aggressiv. Aber ihr habt jetzt gesehen, wie es funktioniert. Holt euch den Jägermantel, geht einfach zum Wildschwein hin. Einfach auf Zähmen gehen und dann habt ihr die Aufgabe auch in der Tasche. Ja, den Kill hier, den hätte ich eigentlich... Hätte ich ein bisschen anders gespielt, hätte ich es wahrscheinlich geschafft. Aber in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln. Und haut rein. Vielen Dank.